Sag mal, es sind nur noch zwei Wochen bis LBH 1600 und man hat doch nichts bezüglich eines LBH Community Specials von Predator gehört? Was ist da los? Fällt das etwa aus? So oder so ähnlich könnte die ein oder andere Person zuletzt vielleicht gedacht haben. Daher ist es nun an der Zeit für mich, Licht ins Dunkel zu bringen. Die wichtigste Neuigkeit vorab. Ja, es wird wieder ein Highlight Video der Staffel geben, welches traditionell am Tag des LBH Specials um 14 Uhr erscheinen wird. Das ist dieses Mal der 17. April. Eine große Änderung würde es aber dieses Mal bei der Art und Weise der Community-Beteiligung geben. Das Verhältnis zwischen zeitlichem Aufwand, den ich mir für Community-Beiträge gemacht habe, vom ausführlichen Infovideo bis zum Kreditieren der Beteiligten, stand zuletzt einfach in einem großen Missverhältnis zur Anzahl der Einsendungen, was die letzten Male gut ging, ich mir aber dieses Mal zeitlich leider nicht leisten kann. Deshalb habe ich lange überlegt, wie ich das Ganze verschlanken und zeitlich effizienter gestalten kann und den Community-Aspekt trotzdem aufrechterhalten. Folgende Lösung habe ich nun parat. Schreibt mir eure Meinung, Erinnerungen oder Highlights der vergangenen LBH Staffel einfach als Kommentar unter dieses Video. Diese werden dann im Special zu sehen sein. Dafür habt ihr bis einschließlich Sonntag, den 8. April Zeit. Also gut eine Woche. Der Kommentar darf, falls ihr wollt, gerne auch länger sein und ihr dürft auch mehrere schreiben. Zusätzlich werde ich auf Basis eurer Kommentare und eures Feedbacks zur Staffel Leuten jeweils eine andere Frage stellen, die diese dann in einer Audio beantworten, die ins Special kommt. Hierzu würde es mir viel erleichtern, wenn es freiwillige Meldungen dafür gäbe. Ihr solltet dazu Twitter oder Instagram besitzen. Meldet euch entweder dort oder hier in den Kommentaren bei mir, falls ihr gerne eine Antwort einschicken möchtet. Um diese Frage zu beantworten, habt ihr auch länger als bis nächste Woche Sonntagzeit und es wird dabei auch keine Längenbegrenzung der Audio geben. Die Frage, die ich euch stelle, könnte dann zum Beispiel sowas sein wie Findest du auch, dass XY der schönste Bauabschnitt der Staffel war? Und so weiter. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses Video innerhalb der DA weiter verbreiten würdet, damit alle, die gerne mitmachen würden, auch die Gelegenheit dazu haben. Ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns am Sonntag, den 17. April zum großen LBH 1600 Community Special um 14 Uhr. Bis bald.